Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um Lightroom und um die vor wenigen Tagen vorgestellte neue generative Entfernen-Funktion in Lightroom und in Lightroom Classic. So, ich möchte euch heute mal zeigen, wie einfach ihr das Ganze anwenden könnt im Bereich der Retusche. Wir nutzen hierfür wieder ein AI-generiertes Bild, so wie es auf meinem Kanal mittlerweile Standard ist. Und ich habe hier einmal die Side-by-Side-Ansicht offen und ihr seht hier Vorher-Nachher. Links ist das Original, rechts ist die optimierte Version, die wir im neuen Lightroom mit dem generativen Entfernen-Werkzeug zusammengebaut haben. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal in das entsprechende Bild. Ein Video zur generativen Löschen-Funktion oder Entfernen-Funktion habe ich ja in Bezug zu Lightroom schon gemacht, wo ich das Ganze im Detail schon mal vorgestellt habe. Und solche Retusche-Videos gibt es zuhauf auf YouTube. Ich weiß das zwar, aber ich will euch das Ganze trotzdem in der neuen Lightroom-Version zeigen, auch wenn es technisch gesehen auf Adobe Firefly aufsetzt, was dafür sorgt, dass man sehr, sehr gute Ergebnisse bekommt. Gerade wenn man kleine Bereiche optimiert. So, das neue Werkzeug, falls ihr das letzte Video oder das gestrige Video noch nicht gesehen haben solltet, findet ihr im modernen Lightroom, das sich einfach nur Lightroom nennt, ohne Zusatz, im Bereich des Entfernen-Werkzeugs. Das ist hier dargestellt durch ein Radiergummi. Und hier mit dem ausgewählten Radiergummi haben wir hier die neue Option generative KI. Ich will das Ganze weiterhin generative AI nennen. KI ist ja einfach nur der deutsche Begriff für künstliche Intelligenz. Das Ganze ist aktuell immer noch in einer Beta-Version. Das heißt, die Ergebnisse und das Arbeiten damit sind noch nicht optimal ausgereift. Adobe arbeitet hier stetig daran, diese Optionen zu verbessern. Auch wenn das Ganze final in der stabilen Version rauskommt, wird es stetig durch Adobe verbessert. Wir haben hier oben erstmal die Möglichkeit, das Ganze auszuwählen. Ist der Haken eingeschaltet, ist das Ganze aktiv. Ist hier kein Haken drin, ist das Ganze ausgeschaltet. Ihr braucht für die neue Funktion dringende Internet. Möglichst stabiles und schnelles Internet. Denn lokal auf dem Computer funktioniert das Ganze leider nicht. Das fände ich sehr schön, wenn es lokal funktionieren würde. Tut es aber leider nicht. Kleiner Nachteil. Wir können hier natürlich die Größe vom Pinsel einstellen. Sehr schön ist hier in der modernen Lightroom-Version, dass ich hier in meinem Fall neben dem Bild angezeigt bekomme, wie groß denn der Pinsel am Ende ist. Das ist eine sehr schöne Sache, weil es mir vor allen Dingen dabei hilft zu gucken, okay, wie groß ist der Pinsel denn eingestellt. Sollten mehr Firmen so in ihre Produkte übernehmen. Und natürlich hier unten können wir noch die Deckkraft einstellen. Hier haben wir noch den Aktualisierungs-Button. Der wird aber im Idealfall nicht vernützend sein. Oder ist nicht nützlich. So. Oder was heißt nicht nützlich, aber vielleicht benötigen wir ihn nicht. Wir können uns hier unten noch die Überlagerung anzeigen lassen. Und wir können uns hier den Bereich nochmal anzeigen lassen. Ich weiß allerdings nicht, was es mit dem Bereich Anzeigen auf sich hat. Aktuell zumindest noch nicht. So. Wir haben auf jeden Fall unseren Pinsel. Stellen die Größe mal ein. Und klicken hier einfach mal rein. Erster Punkt, der mir nicht so gefällt in der aktuellen Lightroom-Version. Egal ob jetzt Classic oder nicht. Es ist in beiden Versionen gleich. Das heißt, ihr habt es gesehen. Ich kann hier klicken und er führt direkt die Generierung durch. Das heißt, es wird direkt an die Adobe-Server geschickt. Ich kann nicht hingehen und kann auf einmal mehrere Bereiche auswählen und sagen, er soll es erst dann, wenn die Bereiche ausgewählt sind, bearbeiten. Das geht leider aktuell noch nicht. Das ist eine Funktionsweise, die in Photoshop mit dem Entfernen-Werkzeug schon funktioniert. Hier in Lightroom geht es leider so noch nicht. Also eine kleine Workflow-Optimierung hier. Meinerseits. Ja, und so wählt man jetzt hier entsprechend die Bereiche aus, die man nicht haben möchte. Und die werden entsprechend generiert oder weg generiert. Und das macht man jetzt bei jedem dieser Bereiche, die man halt nicht haben möchte. Das funktioniert in meinem Fall sehr flott. Und die Ergebnisse sehen auch sehr gut aus. Ich habe es bei anderen Kollegen schon gesehen, die da auch schon mit rumgespielt haben, auch im Englischsprachenbereich. Gerade im Bereich der Retuschierung, heißt das so? Ich meine, das müsste so heißen. Also im Bereich der Retusche von Haut, so könnte man es auch zusammenfassen, ist Generative AI unglaublich gut. Gerade weil es nicht wirklich große Bereiche sind, die retuschiert werden müssen. Dadurch, dass es sehr, sehr kleine Hautbereiche sind, kann die AI hier auch optimale Ergebnisse erzielen. Gerade was die Auflösung oder die Textur der Haut angeht, kann die AI da eben optimal arbeiten. Weil man bei einer Haut eine sehr simple Struktur hat, die jetzt nicht wirklich viele Muster oder Nuancen hat, wo man sagen kann, dass das sehr komplex daherkommt. Das ist hier nicht der Fall, ja. Vielleicht, wenn es um Schattierungen geht und um gewisse Lichtsituationen, dann könnte es schwierig werden. Das müsste man aber im Detail mit entsprechenden Bildern nochmal ausprobieren. Das wäre nochmal ein Punkt für ein Video, eventuell. Vielleicht hat auch einer der Kollegen das schon gemacht. Guckt da einfach mal nach. So, wir können natürlich hier auch einfach ziehen und einen größeren Bereich definieren. Wenn wir hier einen Bereich größer aufziehen, dann müssen wir das Ganze manuell bestätigen. Das heißt, wir müssen hier auf Anwenden klicken und dann führt er die Generierung erst durch. Wir können natürlich hier auch im Bereich der Maske die anderen Bereiche einmal mit anfassen. Wir haben die Maske jetzt vergrößert und können jetzt sagen Anwenden. Also, der Workflow, den ich vorhin angesprochen habe, dass man das Ganze so anwendet, dass man erst die Bereiche auswählt und das Ganze dann generiert. Der Workflow funktioniert hier in Teilen. Ihr habt es ja gerade gesehen, wenn ihr die Maske habt und ihr, also ihr habt Maske A, habt da einen Pickel und habt noch zwei weitere Pickel, die sind alle drei relativ nah beieinander, wie man gerade auch gesehen hat, kann man natürlich die Maske mit den anderen Bereichen zusammenführen und dadurch die Maske halt vergrößern. Das geht natürlich, aber wie vorhin gezeigt, dieses, du wirst einen Pickel aus und wirst noch einen aus, der ganz woanders im Gesicht liegt, das geht halt aktuell nicht. Das ist so ein bisschen noch Nachbearbeitung, würde ich sagen, oder Verbesserung der Technologie oder des Workflows einfach. A Lobby wird da mit Sicherheit noch nachliefern. Ja, das war nun mal nochmal ein kleineres Video, einfach mal, um nochmal ein bisschen zu zeigen, wie man mit dem neuen Werkzeug in Lightroom kleinere Retuschen bei Haut und Gesicht durchführt. Das war jetzt ein sehr simpler Workflow. In meinem Fall reicht es aber auch so simpel. Es muss jetzt nicht mega komplex sein oder so. Das Ganze war jetzt in dem Fall einfach nur da, um die entsprechenden nicht so schönen Stellen eben rauszuretuschieren. Das funktioniert auch in Lightroom genauso gut wie in Photoshop, was die Firefly-Technik im Hintergrund angeht. Was den Workflow angeht, kann Adobe hier noch einiges optimieren. Ähm, gerade mit dieser Mehrfachauswahl, die teilweise schon funktioniert, teilweise eben leider in einem bestimmten Szenario noch nicht funktioniert. Da müsste man dann zurück zu Adobe Photoshop gehen. Ähm, da funktioniert es ja schon komplett. Aber ich bin mir sicher, dass, ähm, Adobe das entsprechend für, ähm, Lightroom und Lightroom Classic auch nochmal nachliefern wird. Das ist in Kleinigkeit, das nachzureichen. Das wird mit weiteren Updates dann wahrscheinlich noch kommen. Das war nur mal ein kleineres, ja, Follow-Up-Video zu Generative AI in Lightroom. Ähm, wir müssen mal gucken. Vielleicht kommt morgen auch ein Video. Mal schauen. Ich sage einfach mal, wir sind und hören uns definitiv im nächsten Video. Und ja, es wird noch mehr zu Lightroom geben. Das kann ich jetzt hier, ich sag mal, offiziell sagen, ich werde noch mehrere Videos zu Lightroom hier auf dem Kanal hochladen. denn man kann damit sehr gut arbeiten. Seit dem neuesten Update ist die Performance auch so gut, dass ich sage, damit lässt sich reibungslos arbeiten. Ja, dementsprechend für jeden, der sich für Lightroom interessiert, Lightroom wird es jetzt hier auch auf dem Kanal in regelmäßigen Abständen geben natürlich. Ja, alles klar. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Freut euch auf die weiteren Lightroom-Videos. und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Ciao.